Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal von Jaranis Reisen. Schön, dass ihr vorbeischaut. Hier nun kurz die Vorstellung unseres Hauptdarstellers, der uns unterwegs immer ein schönes Zuhause bietet und uns zuverlässig von A nach B bringt. Mit Mr. Esprit sind wir nun schon seit 5 Jahren unterwegs und entdecken dabei immer wieder Neues. Heute möchten wir euch einen neuen Stellplatz vorstellen. Wir besuchen den Stellplatz am Yachthafen von Stowning. Zu finden am Ringköpingfjord in der Mitte von Dänemark. Vons Kern aus kommend fahren wir auf Stowning zu. Schon am Ortsrand biegen wir links ab zum Hafen. Und schon liegt der Hafen vor uns und rechts geht es gleich zum Stellplatz. Hier ist schön Platz für etwa 4 Mobile. Die sanitären Anlagen und auch der Bezahlautomat sind hier zu finden. Die Sanitärräume sind sauber. Auf der anderen Seite vom Alten Hafen ist die Fähr- und Entsorgung zu finden. So wie weitere Toiletten. Bevor wir den Yachthafen verlassen, geben wir noch eine kleine Runde aus. Zuerst auf dieser Seite des Hafens. Zuerst auf dieser Seite des Hafens. Dann auf der anderen Seite des Hafens. Schnell noch Fähr- und Entsorgung, dann geht es mit der Hafenrundfahrt auch schon weiter. Wir verlassen das Hafengebiet und fahren nach Stowning hinein. Damit beenden wir den Stellplatzbesuch am Yachthafen von Stowning am Rimköpingfjörd. Und hoffen, es hat euch ein wenig gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.